Liebe Freunde, hier ist euer Steinwald. Ich möchte euch einladen zu einem ganz besonderen Stream-Abend, heute Abend auf Twitch ab 20.30 Uhr. Denn wir sind im großen Finale mit unserer Roomworld-Kolonie am 29. Streaming-Abend. Mit diesen Kolonisten sind wir soweit und werden entweder mit diesem Raumschiff abheben und den Planeten verlassen. Wir haben angefangen den Reaktor zu laden, zwölf Tage sind es noch, die wir aushalten müssen oder wir werden untergehen, weil Banditen versuchen hier uns daran zu hindern, beziehungsweise selber das Raumschiff zu erreichen und damit zu verschwinden. Also das sind dramatische Stunden, die uns bevorstehen heute Abend. Wie gewohnt Herrenabend, wir starten mit Whisky und Zigarre. 21 Uhr geht es dann mit Roomworld weiter. Und aus diesem speziellen Anlass habe ich diesen speziellen Whisky mal fürs Tasting heute ausgewählt. Der heißt Starworld. Das finde ich sehr schön passend. So muss ich es drehen. Es ist ein australischer Singleworld, den wir heute gemeinsam probieren werden, wenn ihr beim Vic.de Tasting Circle mit dabei seid. Also, damit geht es los und dann 21 Uhr, 12 Tage Roomworld und dann Tod oder Sieg. Wie kann es anders sein? Also bis heute Abend, macht's gut, euer Steinball.